happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich spiele heute mal wieder Mech Arena und im Wettbewerb spiele ich. Wettbewerb? Wettbewerb. Genau. Viel Spaß. Wer geht die S-Runde los? Oh, es sind da ein paar Spieler. Da bin ich mal gespannt, was wir hier machen. Oder was ich hier mache. Was war denn das? Das war noch Schießter, ne? Schießter? Wie ist der? Ich weiß es nicht. Ich werde hier unten einmal den Durchgang blockieren. Oh. Mein Kollege ist tot. Ich bin auch gleich tot. Leucht mir nicht da. Jawohl. Hat das nicht geschafft. Die Linkstrasse haben gewinnt. So ein Mist. Die haben 13 Kills. 3, 2, 1. Na. So ein Mist. Zwei Kills zu wenig. Nochmal. Komm, wir nehmen den. Komm, wir nehmen den. Und. Jawohl. 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 Weh. Wo ist die Maus? Da ist sie. Und. Wir starten da. Das war. Das war. Das war. Das war ein schneller Tod. Gut. Dann mach ich hier wieder den Weg zu. Hier kommt keiner vorbei. Nein. Na ja. Oder vielleicht doch. Ach. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Und. Jawohl. Ich bin der letzte. Boah. Scheiße. Haben die 16 Stück von uns weggehauen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Der wird 8. Schon wieder. Na gut. Schau mal. Wie gut ich war. Und wie schlecht. Ich hoffe. Ich war der beste Spieler. Ich hab 10 Kills gehabt. Ich glaub der hat gar nicht gespielt. Oder? Egal. Na gut. Gehen wir weiter in der zweiten Runde. Viel Spaß. Da geht er schon los. Die zweite Runde. 3. 2. 1. Go. Oh. Oh. Der ist auf mich abgesehen glaube ich. hier die sammlechtung haha nein Ist sie da unten da unten? Kampfrad! ich den turm dahin gesetzt weiß wieso so langsam bin nächste runde kommt wir gehen wir als scharfschütze irgendwo hin und schießt ein scharf daneben so 4 3 der ist weg der ist weg ausgekippst ab ist Warum ist das immer so lecky? Nein, ach Mensch, ich habe den Smackdown gemacht, komm davor, Dankeschön, Dankeschön. 18 Knit, uh, kann er mehr da, oh nice, uh, okay, jetzt genauso wie der hier, aber er hat halt verloren und ich habe halt gewonnen, das ist der Unterschied, gut, dann geht es mal weiter, so in der letzten Runde, viel Spaß, okay, schauen wir mal, ob wir dieser Brille besser spielen können, Let's go Hey Der hat mich da voll weggeschubst Ach nee, schnell weg hier Der habe ich gar nicht gesehen durch der Brille Meine Brille ist so dunkel Schlechte Idee, mit der Brille ist das Spiel Oh, erstmal den weggeflext Ach Der hat Raketen, warum kommt er mir so nah? Ah Oh, schießt es ab Ach, der hat schon 13 Kills? Kann doch nicht wahr sein, wir verlieren, wir verlieren Okay, welchen nehme ich? Ich gehe wieder in Snipermodus rein, hat von mir gut geholfen Problem ist, da sind Ach, der spawnt, wenn ich da schieße Und jetzt treffe ich noch nicht mal Kein Bock mehr Letzte Runde heute Ach, mit der Brille spielen, scheiße Wo schießt der jetzt hin? Ach, nein Ach, ein Ach, das ist recommandet Ich datasets das gibt es nicht, das gibt es nicht ich glaube ich bin der schlechteste Spieler hier ist so weit weg auch ganz knapp 11 zu 12 noch da bin ich mal geschmackt, achso gerade bei der Runde davor war ich der beste Spieler glaube ich ich meine ja, weil ich es nicht mehr vergessen habt ihr ja auch gesehen, hab ich ja gefilmt oder aufgenommen, gefilmt, aufgenommen und jetzt bin ich der schlechteste ich denke ganz schlecht ganz schlecht vorletzter au au das tut weh sind solche Zacken da drin oieieieiei sieht ihr das aber witzig die Brille steht mir doch auch noch aber spiele ich leider nicht so gut mit weil hier sind so Punkte und die stürmen mich so ein bisschen hier nicht, das geht alles klar aber hier so ein bisschen irritierend durch die Punkte kann man nicht durchschauen leider naja mal probiert ja gut dann würde ich mal sagen das war's für heute ich sage danke für zuschauen ich würde mich freuen mit bis zum nächsten Mal viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal